Musik Männer, ich wollte noch mal was sagen. Das kann ich nicht machen. Wie fang ich an? Männer, wir hatten wirklich richtig, richtig schöne Jahre zusammen. Das ist nix. Axel, was geht? Hey Ari, hast du vielleicht eine Idee, wie ich so eine Zahl mal so richtig wichtig aussehen lassen kann? Weil ich habe echt viel versucht, aber davon würde überhaupt nichts funktionieren. Pass auf, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist wirklich verrückt. Wie wäre es, wenn du die Zahl in Bällen in den Mittelkreis legst? Geil. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, lass das machen, Jaren. Das finde ich richtig gut. Das ist wirklich der perfekte Weg, seinen Vertrag zu verlängern. Da oben hoch.